Okay, da hätten wir uns jetzt nicht ewig verstecken brauchen, da wir die anscheinend sowieso nicht abchecken. Oh man. Diese Mistviecher, Alter. Hier waren die auch irgendwo, oder? Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, was hier unten los war. Ach genau, da ist er ja zusammengeklatscht worden. Wo muss ich hin? Rüchten sie zurück zu Seaxon Communication. Ich könnte hier durch den Gang gehen und dann so. Oder einfach direkt. Ist da überhaupt eine Tür? Und dann müsste ich so rumgehen. Schauen wir mal, was uns angezeigt wird. Geradeaus. Da vorne ist eine Tür. Komm, wir müssen das Ganze jetzt mal... Bewegung? Hinter mir? Okay. Rechts ist einer. Was ist das denn? Ladungspack. Okay. Hier vorne ist es ja schon gewesen, oder? Hier links rein. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, alles klar. Kann ich speichern. Gefahr ist nah. Ach, das wird einem sogar angezeigt. Alter, okay. Kurz durchschnaufen. Jetzt wird einem angezeigt, wenn Gefahr in der Nähe ist. Okay. Das ist auch noch die Kamera. Das heißt, die wissen, dass ich hier bin. Aber ich versuche jetzt einfach hier so schnell wie möglich rauszukommen, ey. Über diese Typen sieht man kein Land, aber die sind arschlarm. Das heißt, man kann also einfach von denen wegrennen. Irgendwie hat es gleich wieder kleinere Ruckler. Oh, da vorne steht schon einer. Okay, lass mal kurz auf die Karte schauen. Wir müssen da lang. Okay, wir müssen da raus. Ach, das ist jetzt wieder dieser ganze Gang, ne? Ja. Aber dann haben wir es geschafft. Wenn wir hier sind, haben wir es geschafft. Das heißt, wir müssen nur noch da hinkommen. Wir könnten bis hier hinrennen. Dann durch diesen Schacht hier gehen. Wenn man da überhaupt rein kann. Ja, kann ich nicht, ne? Dann braucht man diesen Schneider. Glaube ich. Okay, wir rennen einfach. Wir gehen jetzt da rein. Und wir rennen einfach. Natürlich versuchen wir... Okay, der hat uns noch nicht gesehen. Wenn man, wenn ich die wenigsten außer Gefecht setzen könnte irgendwie, aber... Kann man ja nicht. Jetzt ist das Alien auch noch hier. Dann würde natürlich alles zusammenkommen. Apollo melden keine Störungen auf Sevastopol. Oh, okay. In dem sind wir doch ganz gut vorbeigekommen. Ich höre aber schon... Alter, man hört sich schon wieder gebumpern, ne? Irgendwie hier oben rennt schon wieder irgendwas rum. Oh nein, er kommt hierher. Er kommt hierher. Hat er mich gesehen? Er schaut mich doch gerade an, oder? Er hat mich doch gerade angeguckt. Oh mein Gott. Ich will hier einfach nur weg. Also ich packe jetzt mal... Es gab... Es gab eine Explosion. Weiß er was? Die Tür war aber beim letzten Mal auch noch nicht offen. Oh Mann, da würde ich jetzt gerne reingehen. Aber wir sind schon... Oh Mann. Ja, hier. Wo geht's hier rein? Das war beim letzten Mal auch zu, oder? Das war beim letzten Mal zu. Lass ich mal schnell runterchecken. Die ist verschlossen. Da ist ein Gang. Wo führt uns der hin? Sollen wir reinschauen? Erstmal hier schnell gucken. Rot, rot, rot. Taschenlammbatterie. Scheiße. Jemand hat meine Tochter. Bitte antworten Sie, bitte. Wir sind im Maschinenraum. Okay. Wir schauen, ob wir hier wieder was machen können. Luftreinigung. Könnten wir die Beleuchtung anmachen? Oder soll ich es einfach dunkel lassen? Kamerafeed ist aus. Wer redet hier? Mann, ey. Mann, oh Mann. Ordner fehlerhaft freigegeben. Anrufregister Vormittag. Anrufregister, was da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet. Apollo, bitte warten. Die Anrufunkel. Hallo, mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Berufnummererkennung. Raubt jemand meinen Laden auf sich? Okay. Anscheinend haben die Androiden hier ein bisschen Action gemacht, ne? Fehler. Abschnitt fehlerhaft. Fehler. Okay. Okay, 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 okay. Wollen wir mal da vorne reinschauen? Müssen wir da hin? Ne, wir müssen eigentlich zurück, ne? Aber hier wird mir was angezeigt. Hallo? Der schaut da oben einfach rein, ne? Oh mein Gott, jetzt hat er mich gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich versuche den jetzt mal K.O. zu holen. Komm her. Komm her. Komm her. Alter, das war ein guter Anfang. Oh mein Gott. Was macht er? Alter Maul. Der haut mir einfach in die Fresse. Der haut mir einfach in die... Oh mein Gott. Kann ich das schnell benutzen? Nein. Und jetzt kommt er von der anderen Seite. Ich habe hier... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich renne einfach mal hier unten rein. No Access. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Geh da rein. 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 Hier kommt man wieder hoch, oder? Ja, da kommt man wieder oben raus. Da unten war aber ziemlich viel Zeug zum Looten. So, wir schauen da nochmal rein. Die sind echt nicht da. Okay. Oh, jetzt hab ich schon gedacht. Der kommt rein. Toll. Ah, 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 ah. Jetzt sterbe ich. Nein. Komm. Jetzt gehe ich zurück für eine Kiste, um irgendwas zu looten. Und dann kann ich die Kiste nicht mehr looten, weil da irgendwo ein Mist drin ist. Ich werde sie einfangen. Oh Mann, ich würde gerne mit denen reden, aber... Ach, scheiße, Alter. Geht ja erstmal auch um mein Ungeleben. Komm, da vorne waren wir noch nicht drin. Hier, lass herangehen. Schnell, 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 schnell. Oh. Was machen wir jetzt? Ich würde gerne mit diesen, mit diesen alten Reden, die uns da versucht zu kommunizieren, aber es ist gerade echt ein bisschen heavy, da ranzukommen. Dadurch, dass diese Mongos da einfach permanent am Start sind. Fuck, ey. Komm, wir schauen mal, wo man hier rauskommt. Oh Gott, und jetzt steht hier direkt... Okay, hier haben wir. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Jetzt sind wir schon fast vorne. Oh Mann, ich hätte hier wirklich gern... Scheiße. Scheiß drauf. Toll, geht das auch weg? Sie können unseren Hiwi-Androiden immer erkennen. Ja, alle tollen Hiwi-Androiden, die alles einfach nur angreifen. Was ist mit diesen Leuten falsch? Oder umklettert schon wieder irgendwas rum, ey? Was ist falsch mit denen? Wieso? Dsch. 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 Na, wir sind die Stimmung auflockert. Alter, verpiss dich jetzt. Weißt du was? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, toll. Das macht ja Geräusche und da geht keiner hin, oder was? Doch, er geht hin. Geil, das hat funktioniert. Wahrscheinlich wäre er grad so oder so losgelaufen und das hat eigentlich gar nichts gemacht. Oh Mann. Zeigen sie sich, zeigen sie sich, wo sie auch sind. Ne, sicher nicht. Also da oben war noch einer drin, oder? Aber der kann ja eigentlich nichts machen, deswegen lass rennen. Der kann ja... Ach, hier ist er nicht mehr. Okay. Wir müssen hierher, glaube ich, oder? Ja. Oh, shit, Alter. Ach, fuck, da unten war doch das Alien. Oh Gott. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Als ob die Typen nicht schlimm genug wären. Man weiß nicht, was man an ihnen anrichten kann. Man weiß nicht, ob man sie erlegen kann. Ich hab gerade versucht, ihm einfach eine drüber zu braten. Hat man ja gesehen, was dabei rauskommt. Ich schieße dem Ding in den Kopf, das bringt nichts. Und jetzt sind wir wieder hier. Ach, und das Alien kündet sich gleich mit einem schönen Schrei an. Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderschön? Und da vorne bewirkt sich auch direkt was. Ja, es ist hier. Es ist hier, meine lieben Freunde. Es ist hier. Von Interesse ist hier auch irgendwas. Ich muss runter zum Transit. Die Frage ist... Versuche ich, schnell durchzurennen? Oder schleiche ich mich durch? Huch! Oh, nein, 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 nein. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wieso bin ich auch so dumm und laufe da zweimal drüber? Jetzt renne ich, jetzt renne ich, jetzt renne ich. Jetzt hat er es eh gehört. Nichts wie weg hier. Jetzt wieder ruhig, jetzt wieder ruhig. Da unten muss ich noch diese... Okay. Kurz mal im Kopf abspeichern. Holy fuck. Oh Gott. Einfach... Alter, nein. Alter, Maul. Diese Dinger sehen doch nichts, normal. Ich dachte, wenn ich jetzt einfach ruhig stehen bleibe, dann rennt er zu dem Ding mit der Geräuschkulisse, wo der uns gerade angegriffen hat. Wollen sie entdeckt, laufen sie weg. Verstecken sie sich oder gehen sie aus der Sichtlinie? Je länger sie sich verstecken, umso wahrscheinlich schütteln sie ihre Verfolge ab. Oh mein Gott. Aktuellen Speicherstandladen. Oh Gott. Ja, schade. Schade, schade, schade. Naja, unser erster Tod. Nach... Keine Ahnung, wie viele Folgen es denn jetzt sind. Aber... Bitter. Bitterer Tod eigentlich. Nein, sag mir nicht, wir sind jetzt wieder hier oben. Nein, oder? Stimmt, ich habe am Ende nicht gespeichert. Warte, ich kann ja mal kurz gucken, gibt es da nicht einen anderen Speicherstand, der ein bisschen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... zu helfen. Ach Quatsch. Wir waren schon da vorne. Das ist jetzt schade, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was wir alles gelootet haben. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch gerade verarschen. Da stirbt man, da stirbt man Ewigkeiten lang nicht. Da stirbt man Ewigkeiten nicht und dann stirbt man einfach zweimal instant hintereinander. Oh Gott, okay. Wenn dieser Zapper von der Decke tropft, nicht vorbeilaufen. Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass das runtertropft. Ich dachte, das wäre irgendwie Wasser oder sowas. Ja, jetzt, 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 aber wirklich durchrennen, ey. Warte ich mich erinnern, haben wir, nein, wir haben da unten noch einen Bauplan gefunden, oder? Oh Mann, ey. Das war jetzt wieder richtig geil. Ja, seht ihr? Da tropft es. Das heißt einfach nur, dass das Alien da oben hockt. Geil. Geil, geil, geil. Oh mein Gott, ey. Holy shit, Alter, holy shit. Ja, jetzt kommt er wieder hier vor. Warum habe ich den jetzt da platziert? Bin ich irgendwie dumm? Wollten eigentlich werfen, aber egal. Er geht auf jeden Fall da runter. Ist das doch völlig in Ordnung. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt hier mal mit irgendjemandem zu reden. Hallo? Kann man hier mit irgendjemandem reden? Vielleicht kann man hier auch gar nicht mit Echo, naja. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Das ist doch schon mal ein... Wo war ich stehen geblieben? Oh, jetzt kommt er wieder zurück. Schnell da rein. Schnell da rein. Schnell da rein. Okay. Das hier haben wir gelootet. Das weiß ich noch. Huhuhuhuhu. Besser. Sorry, ich geh jetzt nicht für dich zurück, ey. Ich hab keinen Bock noch mal zu sterben, ey. Er geht runter, okay. Oh je. Okay, er geht weg. Aber er kommt. Er kommt wieder. Oh Gott. Er läuft hier rum. Alter, ich kann nicht rückwärts. Oh, ich lauf in die Wand. Scheiße, Alter, Mann, ey. Was mach ich hier? Ich wollte durchrennen und jetzt verwurrste ich mich wieder hier. Alter, wie viele kommen da denn? Wir wollen den Halt im Außenland. Was geht es hier an? Was geht es hier an? Ach, Mann, ey. Hallo? Ja. Ach, genau. Man kann doch hier das... Okay, wir machen es einfach wieder auf. Huh? Okay. Netter Grafikpack. Wissen wir schon mal, dass wir hier anscheinend ohne Probleme raus können. Okay, hier ist irgendwo jemand. Mann ist direkt da... Oh, der kommt mir jetzt hier entgegen, oder was? Ne. Links von mir, links von mir. Da oben steht er. Alter, nein, er hat mich gesehen. Okay, ich lauf einfach... Hier lang. Hier lang. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Ich schaff's einfach nicht, hier rauszukommen. Das ist sehr unglaublich. Jawohl, er ist runtergelaufen, der Drottel. Nein, er kommt wieder hoch. Scheiße, er kommt wieder hoch. Verpiss dich, bitte. Verpiss dich einfach. Verpiss dich einfach. Ich hab dir nichts getan. Ich hab euch überhaupt nichts getan, ihr Arschlöcher. Oh Mann, ey. Okay, wir rennen einfach. Eigentlich konnte man hier doch irgendwo speichern. Oder? War hier nicht eigentlich ein Speicherdings? Egal. Wir müssen jetzt einfach unten überleben, Alter. Das ist ja richtig anstrengend gerade, ey. Puh. Anstrengendste Folge ever. Hm. Okay. Nicht über den Typ laufen. Alien aufpassen. Ja. Ja. Ja.